Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. So erstmal hier ein bisschen den Weg darunter stellen, so. So, erstmal hier, ich hab Hunger. Oh nein, wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich keine Archivements mehr. So eine Kacke. Habe ich Hühnchen dabei? Hühnchen, 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 Hühnchen. Ja, nur hier den Scheiß. Hab schon jahrelang nicht mehr gespielt, weil jetzt ist ja auch die 1.7, ich weiß nicht genau. Aber jedenfalls die ist draußen. Und die Musik setzt auch gleich schon ein. So, sieht anders aus draußen irgendwie. So, hier haben wir unser Ding, ich versuche mich kurz zu erinnern. Ja, hier ist die Mine, hier ist das Ding. Ja, Bambus sieht anders aus, super. Yay. Unser Pilz, unser Portal. Äh, ja. Das Feld. Eigentlich ist noch alles da, wie ich vorher war. Also, vor ich ja klar, aber finde ich gern. Äh, deswegen... ...tun wir hier irgendwas ernten mit. Ohaah, mein Superschwert. Äh, Freundungsseil, cool. Yeah. Damit mache ich alles fertig. Muss ich nur noch meine Rüstung verzogen. Und dann kann man es nichts mehr aushalten. Was ist denn das für ein Bett? What the fuck? Die ist normal. Und die ist verbuggt. Normal. Verbuggt. Normal. Verbuggt. So. Yay, Punkte, super. So, das macht. So. Ich brauche mehr Kisten, glaube ich. Langsam. Ich werde ganz schön voll. So, äh... Hier kommt eigentlich... Äh... Scheiß drauf. Äh, Mist. Nein. So, und jetzt, ähm... Holz. Und die Kiste jetzt... ...hier hin. Dann... ...weil hier. Holz... ...kunnen wir gebrauchen. Leder... ...kommt hier hin. Ups. Hallo. Ich bin Weben. Äh... Hier. Ach, wir klatschen hier alles rein. Auch wenn's unten jetzt schonmal ist, ist es doch egal. Bücher. Irgendein Billigbogen. Die Dinger, den Eimer lass ich mal lieber. Kartoschgas. Zidiane. Wolle. Da. Irgendwelche Samen. So. 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 Gut, ja aber jetzt ist die Frage natürlich was machen wir. So. So. Ich bin jetzt total von Terraria-Gun. Weil ich Terraria ja total Suchthunde ja auch nur letztes Jahr gerade mache. Äh, dass wenn man stirbt, dass man die Sachen nicht behält. Aber hier ist es ja eh egal in Hardcore, weil... Äh, wir verrecken ja eh. Also wenn wir verrecken, dann sind wir wirklich tot. Ja, und jetzt ist die Frage was machen wir halt. Äh, sollen wir irgendwelche... Warte mal, was sagt denn die Hölle? Sagen wir in die Hölle? Weiß nicht. Ist das Risiko zu groß oder? Nicht. Ach komm, no is no fun. Warum ist das unterschiedlich? Warum ist das unterschiedlich? Ja komm, verdammt das Tor. Lass mich drehen. Scheiße, ich hab kein Feuerzeug dabei. Ah! Ich weiß, warum ich nicht mehr... Ah! Was macht ein Bogenschütze in der Hölle? Leck! Ah, ja. Komm her! Junge! Ich hab Silber... Fettes Schwertmann! Wow! Es leckt! Du Arscher! Du Arscher! Aua! Ich bitte mich doch nicht. Ah ok. Meine Rüstung fällt. Ah, das ja! Ah, ne Festung! Hab ich ja gar nicht gemerkt. Cool. Direkt nebenan ne Festung. Das ist super. Alter, das mit der Lava stört mich jetzt schon. Ich hab grad die Geräusche in den Tornhaken. So, jetzt nur nicht verirren. Wenn man sich verirret, ist man so gut wie am Arsch. Oh, das ist die Achievements wieder. So, zum Neuen. Ja, halt die Presse scheiß. Ja, ja. Wo bist du? Ich mach dich kaputt, Junge! Nein, sehen Sie nicht? Neue. Neue! 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 Ausnüchterung Keine Ahnung Was ist denn? Das fliegende Marshmallowvieh Marshmallow Man hört nur irgendwas schreien Ich bin total offenbar, dass ich mich nicht nehmen kann Dann wollen wir noch Level 7 Jetzt sind wir schon Level 5 Oh, ich soll ja Oh Jetzt macht der Nächste einen auf Amoklauf Oh Ok, der geht runter Da will ich aber nicht runter Da geht zurück Da geht zurück Da ist dieses Ender Schneter Schloss Burg Blah Gut Ich weiß noch relativ hoch bin Oder hier oben Das ist nicht Natürlich Nee, jetzt Alter Ich fühl mich wie zu Hause Oh Der war gemeint Äh Kali hart Nein, leider nicht Schwein, lass mich durch Naht Not Gut Okay, dann Sehr schön Viel Nächter Scheiße Nächter Herz Oder was ist das? Nächter Gord Nein, das brauchst du aber auch so. Alter, noch mehr geht nicht, aber was? 20 21 Alter, geht ganz schön fix. Lass mich hoch. So, da hinten muss ich lang. Das weiß ich noch. Ich habe hier noch den Scheiß mit. Oh, da geht es hier um das Quad zu machen. Die fliegen mir ja eh zu. Uh, war ich hier schon mal? Oder warum ist hier so eine Einschneise? Klar. 40, 30.000 Kilometer. So, so. Gucken ob die jetzt hier kommt. Komm. Moment. Da runter gehe ich nicht. Oh, hallo! Flymees! Yay, noch mehr Flymees! Ja, Turmschwein. Ja, Turmschwein. Okay. Ich weiß noch relativ wo ich bin. Ich muss das da hinten auch mal sehen. Und das nehme ich auch noch mit in mein Gehirn. So. Das ist dann ganz anders. So. 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 Oh ho 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 ho! Oh ho ho ho! Oh ho ho! So, wie remainder das noch ein bisschen? Hier, hier. Oh ho ho! Was? Oh ho! Oh ho! Oh ho! Oh ho ho! So, ich hab die Säge verwischt. Puh, lasst mich hoch. So, jetzt bin ich ein bisschen zu gefährlich. Das war das Skelett von gerade, oder? Das war 100% das Skelett von gerade. Hab ich einen Vollzug dabei? Ne, genau. Das ist mein Problem. Kein Vollzug. Das war doch irgendwie... Ach, hier ist es. Ich musste das doch irgendwie anfinden. Machen wir jetzt erstmal... Verzaubern wir eine fette... Großpanzung. Was ist das denn hier? Okay. Ich glaub damit kann ich Feuer machen oder so, weiß ich nicht. Ich schweig nicht. Hey Bro, was geht? Welche Stufe machen wir denn? Ich überleg grad. Wo kommen 17 hier? Schutz 2. Okay, jetzt haben wir noch 9 Level. Dann können wir ja mal einen Film verzaubern. 2. Ne. Bist du nicht? Ah. Und Helm verdaubern. Nein. Ne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020